Was sonst noch kommt? Also wir sind uns ja, glaube ich, relativ einig, was wir da so an iPhone wahrscheinlich sehen. Aber was kommt denn noch? Ich habe nochmal jetzt zurückgeschaut in die zwei Keynotes von 2021 und von 2022 im September. Und 2021 kam halt iPad, iPad Mini und Watch 7 und Fitness Plus. Und 2022 kam die Watch 8, die Watch SE, die Watch Ultra und neue AirPods Pro. Und dann die iPhones dazu. Also was kommt denn dieses Jahr noch vor den iPhones? Was kriegen wir denn dieses Jahr noch dazu? Was steht denn aus? Oder was hättet ihr gerne? Vielleicht auch Wunschkonzert. Ich weiß es nicht, weil was steht denn an? Also ich finde, was die WWDC so ein bisschen geteasert hat und wovon wir noch überhaupt nichts Handfestes gesehen haben, ist irgendeine Art von motorisierten Dock fürs iPhone. Weißt du, wo du dein iPhone draufstellen kannst und das dreht sich dann dir hinterher und du kannst dann FaceTime machen und dieses Ding, was auch so ähnlich von der ein oder anderen Smart-Tablet-Bude irgendwie verkauft wird. Mir würde da ein Design einfallen, wo unten so ein schwerer Stand ist und dann ist da so ein Arm, der sich bewegt und da könnte man da so ein Screen dran machen. So ein bisschen wie so eine Schreibtischlampe. Ja, so ein bisschen wie von Pixar die Lampe, die so hüpft. Ja, ähnlich. Ja, da hätte ich eine Idee. Also wenn da mal jemand anrufen will, Apple, sagt Bescheid. Ich meine, Apple ist ja in diesem ganzen Dock-Business nicht vertreten. Die waren da ja mal vertreten, die haben ja mal Docks beigelegt bei iPhones und da hatten sie dann ganz fürs Lightning hatten sie auch so ein ganz slimmes, so ein ganz dünnes Dock. in verschiedenen Farben damals auch. Aber aus diesem Dock-Geschäft sind sie ja eigentlich raus, was auch so ein bisschen verwunderlich ist vielleicht, nicht wahr? Also, weil das ist ja durchaus ein lukratives Geschäft. Du kannst den völligen Plastik-Quatsch für viel zu viel Geld verkaufen. Ja, und jetzt kommt so ein Stand-by-Feature. Also die Idee ist nicht absurd, dass sie da vielleicht sich selbst beteiligen. Und das Feature, was du natürlich mit dem motorisierten Stand schon angesprochen hast, das wäre natürlich fantastisch, wenn du jetzt auf dein Apple-TV, was wirklich ein fantastisches Feature ist, das FaceTime auf Apple-TV hast. Also das nutze ich so extrem gerne, das ist unglaublich. Also eine geile Kamera, so wie die iPhone-Kamera, auf dem großen Fernseher zu sehen, macht so viel Laune. Also es ist ernsthaft, ernsthaft lustig. Und FaceTime hat ja diese Erkennung, auch wenn jemand ins Bild läuft, also das hat schon zu echt lustigen Momenten geführt. Das ist eins definitiv meiner Lieblingsfeatures für dieses Jahr und die ganzen Updates. Und ja, also irgendwie ein Stand würde natürlich, also ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt zusammen gehen. Also TV, also Fernseher sind natürlich sehr unterschiedlich aufgehangen, aufgestellt. Aber dass sie natürlich gar nicht in diesem iPhone-Stand-Business vertreten sind, nicht auf dem Nachttisch, nirgendwo, ist verwunderlich so ein bisschen. Weil die Cases machen sie weiterhin und die Cases sind, gut, bei Cases haben sie natürlich diesen enormen Vorteil, dass sie gleich am Anfang dabei sind, weil sie alle Dimensionen schon vorher wissen und alles vorproduzieren können. Und dann gehst du in die Apple-Store in den ersten Tagen und hast halt gleich deinen Case, das du dort mitnehmen kannst. Und die Drip-Case-Anbieter sind natürlich oftmals, wenn du da nicht extrem bevorzugt wirst von Apple und ins Boot geholt wirst, bist du natürlich viel, viel später dran erst. Die eine Option wäre ja so irgendwie ein Stand. Da haben sie jetzt für die Stand-By-Demo, haben sie irgendeinen Belkin oder sowas benutzt, um das da hinzustellen. Und das zweite, was... 12.000 war es, ja. Oder sowas, ja, das Gleiche. Dritthersteller gerade so, nein, Moment! Ist doch alles irgendwie das Gleiche. Nee, aber, und kommt wahrscheinlich aus der gleichen Fabrik oder nicht. Egal. Auf jeden Fall, ist denn so viel gewonnen, wenn sich das Ding auch selbst motorisiert bewegen kann? Also ich meine, sie haben das, die API dafür in der WTC gezeigt, dass halt das iPhone einen Motor antreiben kann und sagen kann, wo die Kamera hinzeigen soll. Ich glaube nicht, dass sie das nur für irgendwen anders gebaut hätten. Ja, also es hört sich so an, als müssten sie es wahrscheinlich für sich selber gebaut haben und, aber ich weiß auch nicht, ob Apple sich davon so ein Ding ans Bein binden möchte, mit so beweglichen Teilen und dem Motor und weiß ich auch nicht. Das klingt schon irgendwie komisch, weil es, was potenziert halt kaputt geht, ist was, was sie, also das, sie haben das ja in Software schon gelöst, also zumindest zu einem gewissen Grad. Also theoretisch hast du ja die, 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 die perfekte Funktionalität, du stellst das Ding irgendwo hin, er nimmt die Weitwinkelkamera, cropt rein und nimmt im Zweifel auch nochmal eine andere Kamera, wenn es sein muss. Und das heißt, eigentlich bräuchten sie es ja nicht. Soll doch jemand anders den Support dafür machen, dafür, dass da irgendwas kaputt geht. Also wäre wahrscheinlich smarter. Ja, und das andere Ding, was da reinspielen könnte, wäre halt so ein für Fernseh optimierte Soundbar. Ja, sowas wie ein Sonos Arc, so in der Richtung, wo du halt vorne auch noch ein Telefon draufstecken kannst, wäre auch eine Option, weil da in dem, in dem Bild auf der WWDC haben sie so einen Fernseher gezeigt und dann so ein freischwebendes Telefon davor. Das müsste ja an so einem Soundbar festgemacht werden können, damit das da hinpasst, so ein bisschen. Also muss auch nicht sein, ich weiß nicht, ob sie sich das antun wollen, sie haben das ganze Know-how für HDMI und, und, und Arc und Apple TV Zeug, alles im Haus und die können das auch relativ okay, zum Beispiel im Gegensatz zu Sonos. Sonos hat jetzt gerade wieder Probleme am Hals wegen der Kompatibilität von dem Sonos Arc, von dem großen Soundbar mit gewissen Audioformaten. Die ploppen nämlich wie Schwein. Das sind so die Leute, die halt so einen Tausender für den Lautsprecher hingelegt haben, nicht so richtig super glücklich und Sonos sagt, wir können es nicht reproduzieren, wir wissen gar nicht, was da los ist. Und der Workaround ist, schallt halt Atmos aus, auf deinem Atmos-Lautsprecher. Ja, das können die eigentlich. Ja, okay. Aber, das heißt. Ja, ich tue mich immer so schwer, also, also Sonos ist halt schon eigentlich ein sehr sympathischer Anbieter. Ich finde die eine sympathische Firma, weil es halt so ein kleiner Anbieter ist, in einer Welt, die dominiert ist von so Tech-Riesen, die, die jetzt auch Lautsprecher bauen, aber nur so mit so. Also, naja, auch Apple hat es ja so ein bisschen mit halbem Aufwand gemacht, ja, haben sie mal probiert, okay, dann, hm, dann, die doch nicht so gut verkauft, haben erstmal zwei Jahre Pause gemacht, haben nichts gesagt dazu und dann ging es irgendwann weiter. Und Sonos ist schon so, die kämpfen schon so ein bisschen gegen die Giganten und so. Also, deswegen, die sind mir schon sympathisch, aber die haben ein schweres Standing und sie haben halt auch diesen schwierigen Umschwung, dieser Umschwung von Generation 1, wenn man da mal die ersten zehn Jahre einklammert zu Generation 2, der fiel auch ungünstig, muss ich sagen. Weil, also, deren Lautsprecher, die gibt es ja schon seit irgendwie iPhone-Anbeginn der Zeit und waren schon damals irgendwie nett zusammenzuschalten, etc. Und als dann die ganzen Googles und Samsungs und, Samsung weiß ich gar nicht, was die machen, wir haben bestimmt auch Lautsprecher, und Apples da drauf sprangen, hatten die gerade diesen Wechsel zu, wir müssen jetzt mal unsere Lautsprecher mit besseren Chips versehen, damit die auch für die nächsten zehn Jahre halten. Das war so ein bisschen, Timing-wise war das nicht gut. Das war nicht gut und sie haben halt relativ zielsicher in so eine Transition im Wohnzimmer reingetroffen, von Röhrenfernseher zu Flachfernseher und Flachfernseher haben keine richtigen Lautsprecher mehr. Die klingen alle furchtbar, aber Leute kaufen sich auch keine Stereoanlagen mehr, sondern die waren schon so vielleicht auf so einer iPod-Lautsprecher mit so einem Dock und dann halt diese Soundbars. Und diese Soundbars, als ich den Arc hier hatte, der hatte ja auch das Problem, dass sie noch keine DTS-Lizenz gekauft hatten und hat dieses Ding in der Kombination mit meinem Fernseher einfach keinen Ton von Blu-Rays wiedergeben können. Und das ist halt, also nicht schlecht, sondern gar keinen. Ja, und gar kein Soundbar in der Blu-Ray ist halt auch schlecht. Und jetzt haben sie halt wieder das Problem mit Atmos, mit ihrem Atmos-Ding, dass halt in einer gewissen Kombination zwischen Blu-Ray-Player und dem Fernseher und dem Sonos Arc, dass halt das Atmos anfängt zu poppen. Und zwar laut. Also so, du hörst irgendwas und dann explodiert irgendwas und ist halt schlecht. Und Apple hätte theoretisch alle Möglichkeiten, das richtig zu machen und sie spielen auch mit dem Apple TV, diese Arc-Geschichten über HDMI. Ist nur die Frage, ob sie das wollen. Möchte Apple einen HomePod TV irgendwie bauen, verkaufen? Lohnt sich das? Ist da ein Markt dafür da? Das müsste ja auch in so eine höhere Preismarke reingehen. Das ist ja dann nicht so ein Samsung-Schrottsoundbar, den du für 250 Euro unter deinen Fernseher hängst, sondern das ist halt wieder so höherpreisig. Weil vielleicht ist der Apple TV drin, vielleicht ist er nicht drin, vielleicht hat er vorne einen Magneten, um dein iPhone draufzuhängen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie fehlt dieses Produkt seit Jahren auch. Ja, ich meine, wenn man die Gerüchteküche dazu für bare Münze nimmt, dann scheinen sie ja offensichtlich an mehreren Variationen von HomePods mit verschiedenen Elementen, und auch Apple TVs, die sozusagen mit verschiedenen Elementen kombiniert sind jeweils. Sei es halt Soundbar oder HomePod und Bildschirm und alle Kombinationen, die man sich halt so vorstellen kann. Die Frage ist nur, wo und welches Produkt fällt da halt am Schluss wirklich bei raus? Und wie viel Interesse haben sie da auch dran, sowas dann langfristig zu unterstützen? Und wie groß ist halt der Markt überhaupt dafür und wie sinnvoll das ist? Also auf der einen Seite ja, weil ich glaube, Fernsehen ist immer noch ein Ding und Fernseher ist immer noch ein Ding. Und den halt mit irgendeiner Form von Soundbar und Apple TV Kombination zu erweitern, würde sich wahrscheinlich auch anbieten, wenn sie da irgendwie preislich nicht völlig über alles hinaus schießen. Und auch dieser HomePod, der halt sein Display drin hat, ist sicher auch ein Ding. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Und auch für all diese Sachen ist natürlich diese Dock-Kit-Geschichte auch nicht uninteressant, weil, ja, also ich meine solche Accessoires, weil gerade ein HomePod mit Display ist ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Form von Videokonferenz-Tool. Das kann dir ja dann auch einfach folgen. Wenn du in der Küche stehst und Videokonferenz machst, dann dreht der sich halt hinter dir her, weil du dich halt bewegst und irgendwo durch die Gegend spazierst. Also da kommt die ganzen, diese ganze Dock-Kit-Geschichte kommt immer wieder da zum Tragen. Und sie haben ja diese lustigen zusätzlichen Sachen, dass sie ja nicht nur Personen erkennen, sondern irgendwie auch Hunde und Katzen. Und dass du auch irgendwie erkennen kannst, wenn der Hund seine Pfote hebt. Und da kannst du ja auch irgendwie irre Apps dann drumherum basteln, die irgendwas mit Tieren, dass du irgendwie deine Tierposen erkennst. Und kannst auch irgendwie im Überwachungskamera-Kontext natürlich machen, hey, der Hund hat seine Pfote im Wohnzimmer gehoben. So, Achtung, wir müssen keine Ahnung was machen. Also lauter solche Sachen und natürlich Fitness. Also Workouts, Workout-Analyse, hast du deine Squads richtig gemacht? Hast du deine Yoga-Pose richtig durchgeführt und so weiter? Also da gibt es so viele, zumindest im Kopf, so viele Kombinationsmöglichkeiten, die auf der Hand liegen. Die Frage ist halt immer, was am Schluss dann wirklich bei rausfällt. Aber da haben sie unglaublich viel Basis gelegt. Auch eben über die Schnittstellen, auch für Dritt-Apps. Nicht nur für sich selbst, sondern durchaus auch für andere Anbieter. Und gerade diese, ich trainiere irgendwie zu Hause vorm Spiegel-Geschichte. Ich meine, es war natürlich jetzt bei Corona, ist das explodiert. Und jetzt ist es wahrscheinlich schon wieder auch, sind da sicher viele von den Anbietern auch schon wieder so ein bisschen am knapsen. Die haben ja sehr teure, edle Handelsets, die du bestellen konntest und irgendwelche Kamerasysteme und so weiter, die das dann ein bisschen eingebaut haben. Aber per se ist das ja alles nicht verkehrt. Weil ich meine, das ist ja das, was viele Leute wahrscheinlich vom Heimworkout abschreckt, dass sie irgendwie Angst haben, dass sie irgendwas falsch machen oder die Übungen nicht richtig durchführen. Oder es natürlich motivierender ist, wenn die Übung, die du durchführst, halt tatsächlich auch erfasst wird. Also da ist ja auch zum Beispiel die Apple Watch immer noch extrem schlecht, dass wenn du sozusagen so ganz, solche Formen von Workouts werden ja super schlecht getrackt und die hat ja überhaupt kein Element, um irgendwie zu versuchen, zum Beispiel irgendwie einen Satz oder so eine bestimmte Routine zu erkennen. So wie viele Klimmzüge hast du gemacht? Wie oft hast du jetzt irgendwie Handelzeug gemacht? Viel Luft nach oben, was das angeht. Und da ist diese ganze Dock-Geschichte ist da vielleicht ein Element natürlich davon. Aber ich weiß nicht, ob Apple jetzt auch unbedingt dann in so spezifische Märkte jetzt auch noch mit einem eigenen Produkt unbedingt rein müsste. Ich wollte es gerade sagen. Also die Grundlagen legen ist natürlich das eine. Und das anzubieten, die Frage ist, ob du mit so einem spezifischen Produkt selbst da vertreten sein musst. Weil es ist natürlich einfacher zu verkaufen, dass du so eine Apple Watch dir kaufen magst. Und dann soll die ganze, das Zubehör drumherum sollen sich andere kümmern. Du verkaufst den Service und die grundlegenden Computer, also so wie das Phone und die Watch. Naja, die Watch ist das Zubehör. Aber ich meine, sie haben ja auch, das ist ja das Komische, ich meine, sie haben ja auch schon angefangen, das sind natürlich nicht ihre eigene Sachen. Aber ich meine, Apple verkauft ja auch Yogamatten. Also ich meine, du kannst dir für Fitness Plus, kannst du dir halt Fitnesszubehör kaufen. Und das ist halt irgendwie so krempelig. Kannst dir halt irgendeinen Fitnesswürfel kaufen und irgendeine Rolle und irgendeine Yogamatte. Das ist doch Nike mehr oder weniger, oder? Aber im Apple Store ist halt auch Fitnesszubehör gelistet. Und im Apple Store ist Belkin Zeug gelistet. Aber das Fitnesszubehör ist wirklich super analog. Also da ist kein Element dran. Da ist noch nicht mal ein AirTag in deiner Yogamatte drin, sondern es ist einfach nur irgendein verdammtes Fetzenstoff oder so. Nee, das verkaufen sie halt einfach nur. Aber das, was sie sonst verkaufen, sind ja Accessoires für ihre Hardware. Also ganz klassisch. Du hast halt Hüllen oder irgendwelche technischen Accessoires oder Dockingstationen oder Audiozeug. Kabel. Kabel, genau. Also Adapter und das Zeug, was man halt sonst so kennt aus dem typischen Computermarkt. Aber ich meine, Yogamatten ist ein anderes Genre. Naja, aber du musst halt auch gucken, was für eine Yogamatte. Das ist halt nicht irgendeine Quatsch-Yogamatte, sondern eine für 130 Dollar. Ja, also eine Quatsch-Yogamatte. Aber eine ordentliche Yogamatte kostet halt Geld. Und also sie verkaufen, also das ist ja der Unterschied, sie verkaufen dir ja nicht einfach ein Apple Fitness Plus, sondern sie verkaufen dir dieses, du wirst fit damit. Und das ist so dieses, diese ganze Story verkaufen sie dir mit. Und wir haben ja noch mehr solche Fitness Plus-Zubehörgerätschaften bei Apple, nämlich zum Beispiel auch so ein kleines Ständerchen von Elevation Lab. Das ist einfach so ein Stückchen nichts. Ja, das ist so ein Klapp-Dingsi. Das gibt es original so beim Ikea für unter einen Euro. Hier kostet es 20. Und das ist schon bei Ikea teuer bepreist. Um den Gedanken von vorhin abzuschließen, sie verkaufen, die können dir ja dann genauso gut dieses, du kannst mit deiner Familie oder Freunden, die weit weg sind, kommunizieren, face-to-face. Und solange sie dir zum Launch auch einfach ein Produkt schon anbieten können, das 12 South Belkin oder wie sie auch immer alle heißen mögen, wenn es da was gibt, was sie sich auch mit in den Store stellen können, dann ist ja auch alles fein. Dann sollen sie das machen und dann sind alle glücklich und alle können das halt ab Day One einfach kaufen. Ich glaube ja, dass, um einen Strich drunter zu machen, dass Apple sich aus diesem ganzen Zubehörzeug so ein bisschen raushält. Ich glaube schon, dass sie das gerne im Store verkaufen. Die listen ja gerne Belkin-Zeug und Zubehörlieferanten, Lieferanten, die ihnen lieb sind und die sie mit so ein paar Exklusiv-Infos vorab versorgen können. Dann können die schon tolle Produkte machen. Aber ich glaube ja auch erst an diesen HomePod mit iPad angedockt, wenn ich ihn sehe. Weil das ist alles noch ein sehr weit entferntes Produkt für mich. Weil ich glaube, HomePod ist ja so ein Lautsprecher-Ding, was so sehr kompatibel für Massen auch ist einfach. Das kannst du bauen und da musst du dir nicht viel Gedanken machen, wo das wird aufgestellt, sondern das ist einfach ein Lautsprecher, den kannst du anbieten, der funktioniert überall, sobald er Strom hat. Und alles andere musst du ja irgendwie integrieren. Und Apple TV schließt ja auch nur an und den musst du auch nicht speziell platzieren, sondern der hängt einfach hinterm Fernseher. Und ich glaube, wenn es da etwas spezifischer wird, dann lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, wirklich in ein, zwei Jahren, wenn dann wirklich ein HomePod kommt, der irgendeinen Screen eingebaut hat. Ich sehe ihn halt noch nicht. Und ich sehe die ganzen Anwendungsfälle, also für Sport und diesen ganzen Service-Push. Aber das können, glaube ich, ernsthaft auch gut andere Drittanbieter übernehmen. Und Apple liste die dann sehr gerne als Produkte in ihrem Apple Store. Schafft den Platz dafür. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche, Vorhersagen für was außer den iPhones noch daherkommt? Was fehlt denn noch? Ist irgendwas, was jetzt fällig wäre irgendwie? Naja, also ich meine, außer den Uhren natürlich, die ja leider immer noch sich als irgendwie offen, außer Apple hat da noch eine sehr unerwartete Überraschung im Ärmel, nach der es einfach nicht aussieht. Dann wird es halt dieses Jahr vielleicht nicht so super spannend, was die Uhren angeht. Ich meine, AirPods mit USB-C-Kästchen wäre auch nicht verkehrt. Ich habe mir letztens aus beinahe AirPods Pro 2 bestellt. Nein, 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 stopp, halt. Ja, aber die Frage, warum hast du stopp gesagt? Hast du stopp gesagt, weil es noch kein USB-C hat oder weil du gedacht hast, warte mal, das ist ja schon ein Jahr alt, das Produkt. Kann man das jetzt noch kaufen? Ich habe stopp gesagt, weil die Vernunft gegriffen hat. Aber nicht, weil bei AirPods drücke ich da ein, zwei Augen zu. Ja, also um da mal kurz drüber zu sprechen. Also diesen USB-C-Anschluss für das Kästchen, den kann man jetzt schon abwarten, würde ich sagen. So zwecks Langlebigkeit und Zukunftsorientierung. Und die AirPods, ich glaube, da ändert sich nichts am eigentlichen Produkt, sondern der Anschluss wird geändert. Das ist eine relativ sichere Wette, die ich eingehen würde. Und die AirPods 2, die haben ja auch nach Gömmern-Gerüchteküche so noch ein paar Monate an Lebenszeit vor sich, so bevor da was Neues kommt und bevor wir da Sensoren in den Ohren sehen. Die kriegen jetzt die neuen Dingsbums-Funktionen rein. Korrekt. Wie nennen sie es denn? Soft Adaptive Audio. Adaptive, genau. Und man braucht ja auch an dem Case vom AirPods Pro 2 Case braucht man weder Lightning noch USB-C, weil die auf dem Qi laden und weil die ja auch auf dem Apple Watch-Ladegerät laden. Ja. Und das hatte ich vergessen, habe ich neulich wieder eine alte Sendung gehört. Richtig. Und das funktioniert wirklich. Ja, ja. Ja, ist lustig. Das ist so ein bisschen untergegangen, dass sie das tun, was eigentlich tatsächlich praktisch ist, muss man sagen. Und ist vielleicht richtig, da kann man den Anschluss, aber ich habe mich dann trotzdem gestoppt vor dem Kauf und mir gedacht, man kann ja auch so rummachen, dadurch, dass wenn das Kästchen gewechselt wird auf USB-C, kann man natürlich auch darauf spekulieren, dass die in Anführungszeichen alte Version mit dem Lightning-Kästchen nochmal preislich etwas abdriftet nach unten. Die haben sich ja bis jetzt noch relativ gut gehalten. Also gut gehalten im negativen Sinne, wenn man sie kaufen möchte, dass die ja preislich nur wenig, also dass die mal Richtung 200 runtergegangen sind, vielleicht außer einige Ausnahmeaktionen, glaube ich, gab es noch relativ selten. 220 habe ich gesehen. Ja, 220 waren wir immer mal wieder, aber so unter diese 200er Marke, dass man die ernsthafter bekommt und die nicht irgendwie irgendwie so eine Sonderaktion, wo fünf Stück verkauft wurden, weiß ich nicht. Das wäre natürlich schön, wenn sie den Punkt erreichten, weil die alten, die erste Generation, die hat ja schon diese unter 200 Euro Marke mal irgendwann erwischt. Und ja, ich meine, 220 kannst du natürlich auch drüber diskutieren. Ja, aber das ist ein guter Punkt, weil ernsthaft, wenn die jetzt kommen mit USB-C, ich lege jetzt keine 300 Euro dahin. Also das ist mir zum Beispiel auch nicht wert. Aber die werden halt attraktiver jetzt im Herbst mit den neuen iOS-Versionen und den neuen Features. Also die werden halt ernsthaft attraktiver. Also ich habe den Kauf ja letztes Jahr auch mir gespart, weil ich gedacht habe, oder weil ich glaube ich auch zu Recht jetzt das Jahr irgendwie, meine funktionierten noch und es ist einfach besser, Geräuschenunterdrückung etc. Das ist alles fein, aber jetzt mit den neuen Funktionen kommt dann ernsthaft nochmal ein Kaufanreis dazu. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen und 300 Euro sofort auf den Tisch legen. Aber bei 200, 220 da könnte man dann schon schwach werden, wenn sie USB-C haben. Weil im Gegensatz, um nochmal das Gegenargument aufzumachen, Kabel ist halt eine gute Option, solche AirPods zu laden. Kabellos geht schon, klar, sicher. Aber Geräte werden auch gern mit Kabel geladen, sehr schnell und ohne Hitze zu entwickeln und so weiter. Du kommst dann damit durch. Also ich zu Hause habe ich sowieso, ich habe überall genug Charger, das passt schon. Aber halt für unterwegs, dann brauchst du halt nicht mehr dein Lightning mitschleifen, sondern hast nur noch den Watch-Charger, den brauchst du eh, weil du die Watch kriegst du sonst nicht geladen und dann hast du halt möglicherweise auch so ein Doppel-Ladegerät, wo halt C und A auf einem Schoko-Stecker drauf ist oder sowas und dann kannst du da beide gleichzeitig über Nacht und dann passt das schon. Und auch sonst im Auto hast du überall A und C inzwischen und da kannst du irgendwie dein Zeug schon aufladen und dann sparst du dir halt einen für einen alten Lightning weiterhin damit zu schleifen für das AirPods-Case, wenn du den auf dem Watch-Charger laden kannst. Ich habe auch gesehen, es gibt so für zum Beispiel im Tesla, hast du ja unten diese zwei Pads drin, wo du dann ein Telefon hinstellen kannst. Ja. Es gibt so kleine Adapter, wo du das AirPods-Case in der Mitte von diesem Pad dann hochstellen kannst. Das ist ein kleines Podest, dann kannst du deine AirPods auf dem Podest in der Mitte von diesem Tesla-Pad laden. Ja, das ist lustig, weil ich hatte dasselbe Problem genauso und turns out, es tun auch drei Packungen Airwaves. Ich habe jetzt die Befürchtung, es wird drei Packen Zigaretten gezeigt. Eine Packung Zigaretten würde natürlich genauso tun. Nein, 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 lieber Airwaves. Die Airwaves haben den Vorteil, dass sie auch so dünn genug sind, das hat ja unten so eine Vertiefung, damit das Telefon nicht nach unten rauskippen kann oder unten rausrutschen kann und die Airwaves bleiben darunter auch hängen. Das heißt, die sind dann fest und wenn man gleich so eine Dreierpackung Airwaves nimmt, dass du nicht drei Packungen hast, die sich voneinander lösen können, dann hast du einfach die perfekte Position, um deine AirPods zu machen. Was passiert denn mit den Airwaves, durch diese Airwaves, die da in die reingehen und diese Wärme? Die da entwickelt wird. Alu war das Beste. Also ich meine, Aluhut drumrum, der passiert überhaupt nichts. Das schmilzt dann so fest einfach. Aber die werden dann noch so zu einem riesigen Airwave, was da einfach in der Packung drin ist. Das wäre natürlich sehr schön. Na gut, schauen wir mal, was da auf uns zukommt und dann sehen wir das in zehn Tagen oder so. Ja. Ja.